Hallo liebe Zuschauer, ich bin Carsten Teuber, Redaktionsleiter beim BerlinFernsehen.de. Heute wende ich mich mal an Sie. Wenn Sie ein Sportverein sein sollten oder wenn Sie Mitglied in einem Sportverein sein sollten und Ihre sportlichen Aktivitäten Ihres Sportvereins auch einmal live übertragen haben wollen, im Berlin Fernsehen, aber auch gleichzeitig auf die Webseite Ihres Sportvereins, dann wenden Sie sich ganz einfach an uns, rufen Sie uns an und wir machen es möglich. Wir freuen uns auf Sie!